Hallo und herzlich willkommen bei Colorful Paper Art. Hier ist Birgit und wie schön, dass ihr wieder in meine Papierwerkstatt gefunden habt. Heute gibt es ein Zeichen- und Doodle-Video und es geht um Bänder und Banner, mit denen wir Schriften hervorheben können und denen etwas Besonderes geben und diese dann auch in unsere Projekte integrieren können. Bevor ich dazu komme, noch etwas in eigener Sache und zwar geht es um das Journal-Event, den Journal-Urlaub Nord im Juni 2024, den ja Petra vom Kanal Pia Kupferkunst und ich gemeinsam veranstalten. Und wir freuen uns schon sehr auf dieses Treffen mit laut der lieben Menschen, die wie wir von der Journal-Leidenschaft besessen sind. Dazu gibt es zwei Videos, die ich euch jetzt hier oben verlinke. Das eine ist von mir, da zeige ich die Location und gebe auch ein paar Informationen zu dem, was euch erwartet und zu dem, was wir bieten. Und in Petras Video gibt es weitere ergänzende Infos, wenn es euch interessiert. Dieser Journal-Urlaub war innerhalb von einer Woche ausverkauft. Wir haben für 20 Teilnehmer geplant, weil es eine sehr persönliche Veranstaltung sein sollte und wir wollten nicht uns verzetteln, indem wir einfach zu viele Teilnehmer reinholen. Also 20 Teilnehmer, die waren auch sehr schnell dort. Aber der Journal-Urlaub findet ja erst im Juni statt und das Leben geht so seine eigenen Wege. Und so kommt es auch vor, dass sich Leute schon angemeldet haben und dann aber trotzdem aus gesundheitlichen oder anderen Gründen nicht teilnehmen können. So, dass wir am heutigen Tag wieder zwei Plätze offen haben, die wir hier gerne nochmal reinschmeißen. Und vielleicht habt ihr ja Lust, dabei zu sein. Also wie gesagt, die Infos sind da. Ich verlinke sie auch nochmal in den Beschreibungen. Und meldet euch gerne an. Wir werden auch eine Warteliste anlegen, damit immer dann, wenn jemand dann verhindert ist und nicht kommen kann, es eine Möglichkeit für jemand anderes gibt, dabei zu sein. Das wollte ich nur ganz kurz dazu anmerken. Und jetzt soll es wirklich zu unserem Thema gehen. Bänder und Banner. Wie gesagt, eine tolle Sache für eure Projekte. Aber es ist, wenn man mal versucht, sowas aus dem Kopf zu zeichnen, nicht so ganz einfach. Jedenfalls mir nicht so einfach gefallen. Da wollen meine Gehirnwindungen irgendwie nicht so mit meiner Hand kooperieren. Ich habe zwar eine feste Vorstellung im Kopf, aber ich kriege es nicht aufs Papier. Und da habe ich mir so gedacht, es muss doch auch einfach gehen und leicht. Und habe mich natürlich kundig gemacht und recherchiert. Es gibt ausreichend Videos schon hier auf YouTube, aber die meisten natürlich in englischer Sprache. Und oftmals auch, finde ich, ein bisschen kompliziert und ein bisschen zu schnell erklärt. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss mir mal eine eigene Methode entwickeln. Und die habe ich jetzt auch gefunden. Sie geht nämlich davon aus, dass all diese Banner im Prinzip auf Rechtecken basieren, die in irgendeiner Art und Weise ineinander verschoben werden. Und das kann man sehr einfach aufs Papier bringen. Einfach mit einem Lineal und einem Bleistift und kann sich so die tollsten Banner anlegen. Ich möchte euch zeigen, wie das geht. Wir gehen jetzt in diesem Video von ganz einfachen Konstruktionen hin zu etwas komplexeren, sodass man immer aufbauen kann auf dem, was man vorher schon so mitgekriegt und gelernt hat. Und dann sollte es überhaupt kein Problem mehr geben, für dich deinen Banner zu zeichnen. Und meine Erfahrung ist, wenn man so zwei, drei Banner mal mit Bio-Dreieck oder Lineal und Bleistift konstruiert hat, dann kann man es auch nachher plötzlich aus freier Hand zeichnen oder mit ganz wenigen Hilfslinien nur. Ich hoffe, dass ich das vermitteln kann. Und falls der eine oder andere von euch vielleicht auf den Geschmack kommt und mehr wissen möchte über das Banner zeichnen, dann möchte ich euch den Handletterer Timo Eustrich sehr ans Herz legen. Der geht dann noch mehrere Schritte weiter und zeigt tolle Sachen. Also schaut da gerne mal rein in das Video. Das ist sehr inspirierend. Ich verlinke es euch in den Beschreibungen, dann kommt ihr dort ganz schnell hin, wenn ihr denn möchtet. So, vorweg ein paar Worte zum Material. Das geht ganz schnell, denn wir brauchen nicht viel. Ich habe jetzt mir hier ein Zeichenpapier vorbereitet, so einen ganz normalen Schülerzeichenblock, also etwas fester als Kopierpapier. Es geht aber auch Kopierpapier. Es gehen andere Papiere, die du vielleicht hast. Ich nutze auch gerne alte Briefumschläge, die ein bisschen fester sind. Oder wenn du vielleicht auch ein bisschen 3D-Effekt haben möchtest, kannst du selbstverständlich deinen Banner auch auf Karton anlegen und später ausschneiden. Also da bist du sehr, sehr frei. Benutze einfach das, was dir am besten gefällt. Dann die Stifte. Ich entwickle also die Formen mit Bleistiften und da nehme ich meistens so die mittlere Stärke, Hb, also mittleren Härtegrad. Der eignet sich ganz gut dafür, aber du kannst im Grunde alles nehmen, was du ohnehin im Haus hast. Ein guter, weicher Radiergummi, der auch sauber ist, mit dem man sauber wegradieren kann, ist hier in diesem Fall heute ganz wichtig. Und zum Ausarbeiten nehme ich gerne Feinliner und zwar wasserfeste Feinliner, weil ich eben sehr, sehr gerne mit Wasserfarben nachkoloriere und dann soll ja nichts verwischen. Aber was du da benutzt oder benutzen magst, das hängt dir auch ganz davon ab, wie du weiter bearbeiten möchtest. Dann benutze ich ein Geodreieck. Also das ist nicht zwingend. Man kann auch mit einem Lineal arbeiten. Ein Geodreieck erleichtert die Sache etwas, weil man hier schon Parallellinien drauf hat und so weiter. Und wenn du ein Lineal nimmst, ist ein kürzeres Lineal in diesem Fall immer besser als ein längeres. Das hantiert sich einfach besser. Ja, das war es eigentlich schon. Das, was wir hier für dieses Tutorial brauchen. Und wie schon gesagt, wenn du nacharbeiten möchtest, wenn du Farbe mit reingeben möchtest, dann wählst du ganz einfach das, was du gern hast. Also ich arbeite vorwiegend mit Aquarellfarben oder auch mit Kaffee, der immer wieder schöne Schattierungen gibt. Ja, und dann lasst uns einfach mit dem Zeichnen beginnen. Ja, vorweg noch etwas zu dem Aufbau dieses Videos und wie ich das jetzt hier vorbereitet habe. Ich habe nämlich schon ein komplettes Tutorial für die Tonne produziert. Das war sehr ärgerlich. Und zwar deswegen, weil ich ganz fein mit Bleistift vorgezeichnet habe, so wie ich das in der Realität auch mache. Was dann zufolge hatte, dass die Bleistiftstriche im Video überhaupt gar nicht mehr zu erkennen waren oder nur ganz, ganz schwach. Und weil ich euch das ja gerne deutlich machen möchte, sodass ihr auch selber damit arbeiten könnt, musste ich nochmal völlig umdenken. Und jetzt habe ich folgendes gemacht. Ich habe mir all meine Banner und Fahnen ganz zart vorgezeichnet und zeichne jetzt im Video diese Linien nochmal stärker nach, sodass es einfach auch deutlicher wird. Vorweg zeige ich euch, wenn ich es denn habe, immer so ein fertiges Exemplar, sodass man auch weiß, worum es eigentlich geht und was daraus entstehen soll. und während des Zeichnens blende ich euch im Bild noch eine fertige Zeichnung mit Fineliner verstärkt ein, sodass man da auch eine Orientierung hat, wenn man im Moment mal irgendwie nicht genau erkennen kann unter meiner Hand, was ich da jetzt eigentlich tue. Und so hoffe ich, kommen wir heute gut über die Runden. Und wir fangen auch genau mit dieser kleinen Fahne an hier, die so über einer Stange hängt. Und wie ich schon anfangs gesagt habe in der Einleitung, alles entwickelt sich aus einem Rechteck, eventuell noch aus einem Dreieck. Und damit kann man hier alle diese Banner und Fahnen entwickeln oder konstruieren und hat da eine gute Anleitung, um da nicht in diesen ganzen Kurven und Schwingungen verloren zu gehen. Fangen wir also an mit dieser kleinen Fahne hier. So kann sie also dann irgendwann mal aussehen, wenn sie fertig ist oder auch ganz anders, je nachdem, wie du es gerne hast. Zugrunde liegt also ein Rechteck. Das zeichnen wir als erstes und du darfst es und sollst es und kannst es natürlich genauso schmal oder breit zeichnen, wie du gerne möchtest. So, ich drücke jetzt hier etwas stärker auf. Das ist nicht so schön, wenn es nachher ans Radieren geht. Also ich empfehle, wenn du zeichnest, du machst zarte Striche, dann hast du es später leichter. Und auch in der Länge bist du völlig frei. Kurz, lang, wie du gerne möchtest. Und hier haben wir also unser Grunddreieck. Das stellt ja die Fahne da sozusagen. Und die Fahne hängt so über einer Stange. Ja, und da ziehen wir einfach ganz leicht unterhalb dieser oberen Kante, also ein paar Millimeter darunter, eine waagerechte Linie und im Abstand dazu noch eine waagerechte Linie. Und das machen wir natürlich auf der anderen Seite genauso. Da haben wir schon einen Anhaltspunkt, durch die, indem wir das Lineal an die vorherige Linie anlegen. So, da hängt schon unser gutes Stück. Dies soll natürlich hier bis an die Kante gehen, aber das kann man nachher mit dem Feinleiner alles noch lösen. Und dazu kommt dieser Überhang und der ist so aus einem Dreieck entwickelt, was jetzt hier an die Fahne herangesetzt wird. Wir zeichnen aber nur den unteren Teil des Dreiecks, weil hier vor ja die Stange liegt. So hat man sofort einen plastischen Effekt. Und damit hängt die Fahne. Und jetzt können wir ihr noch einen guten Abschluss geben. Also wir können sie entweder hier an der geraden Linie ein bisschen ausfransen später hin oder wir zeichnen jetzt, so wie ich das hier mache, in der Mitte so einen kleinen Punkt, ungefähr in der Mitte und können dann nach rechts und nach links so dreiecksförmig in die unteren Ecken gehen. Nun ist die Fahne an sich ja fertig konstruiert, aber sieht ja sehr, sehr starr aus, sehr technisch. Das mag vielleicht noch für ein Bullet Journal gehen, aber alles andere, alle anderen Projekte, die ich mir so vorstellen kann, die werden damit nicht zufrieden sein. Und jetzt gilt es halt der ganzen Sache ein bisschen Leben einzurauchen. Ich radiere jetzt hier erstmal die untere Hilfslinie weg. Da sieht man dann schon etwas mehr. und diese Fahne, die kann man die kann man einfach durch einen zweiten Strich irgendwie ein bisschen nicht die Fahne, sondern die Stange kann man etwas natürlicher gestalten. Und das kann man auch hier mit der oberen Kante der Fahne machen und hier so ein bisschen rund reingehen und auch hier können wir abrunden und einfach der Sache ein bisschen mehr Schwung geben. Dann lasse ich hier ganz gerne die Spitze so ein wenig ausschwingen und auf dieser Seite mache ich das genauso, aber ich gehe jetzt hier über die Kante der rechten Linie des Rechtecks und führe sie im Bogen wieder zurück und habe dann so einen kleinen Umschlag so als ob die Ecke so ein bisschen im Wind hochgeworfen wird. So, ich hoffe, das ist zu sehen und hier zeichne ich dann auch die Linie ein bisschen bogiger und das kann man so bogig machen und so unruhig machen, wie es in das eigene Projekt passt. Das ist immer so eine Sache des Gefühls, aber so würde es sein und ich zeige das jetzt noch einmal mit dem Fineliner, wie ich das eigentlich sonst immer sofort auf der feinen Zeichnung mache, einfach um es noch ein bisschen deutlicher zu machen. Und da gehe ich jetzt einfach mal hier an die Linien, so wie ich sie mir mit dem Bleistift gezeichnet habe. So, und ich schraffiere jetzt einfach mal hier diesen hinteren Teil, dann dadurch wird sichtbar, dass das dunkel ist und dass das hinter dieser Stange liegt sozusagen. Okay, und damit ist diese kleine Fahne schon mal angelegt, dieses Band. Nach dem Trocknen des Fineliners wird dann alles ausradiert und dann kann noch weiter gestaltet werden, so wie wir das hier sehen. Zum Beispiel, also indem man noch extra Nähte anlegt, indem man hier so kleine Blütenblättchen gestaltet und hier habe ich so ein bisschen Nouveau Drops noch raufgepackt. Hier hinten habe ich jeweils mit Wasserfarbe koloriert und auch die einzelnen Fineliner-Linien hier und da nochmal verstärkt. Hier noch so ein paar Schraffuren und dadurch kommt dann nachher ein ganz lebendiger Ausdruck zustande. Und man sieht hier auch, man muss gar nicht immer diesen Umschlag machen, also wem das so kompliziert ist. Der kann natürlich die Fahne auch so hängen lassen, wie sie halt hängt, zum Beispiel, wenn es ganz windstill ist. Hier geht es jetzt um ein ganz schlichtes, einfaches, kleines Band mit umgeschlagenen Enden. Also es kann in etwa so aussehen oder auch so, wobei du schon siehst, dass du hier die Enden oder die Ränder deines Rechtechsen unterschiedlich biegen kannst und so auch schon verschiedene Eindrücke erzielen kannst. So soll es also oder so oder ähnlich soll es mal aussehen. Und auch hier ist wieder unser Rechteck die Grundlage von allem. Aber bevor wir jetzt anfangen das Rechteck zu zeichnen, noch ein Tipp. Wenn du dein Banner beschriften möchtest und das wird ja allermeisten der Fall sein, dann versuche die Beschriftung zuerst aufs Papier zu bringen. Also du beginnst mit der Schrift so wie ich das jetzt hier mache und dann konstruierst du dein Banner um die Schrift herum. Dann kannst du nämlich garantieren, dass es auch genau da, also dass die Schrift auch nachher genau da sitzt, wo sie sitzen soll. Ansonsten ist es immer oft schwierig so Schriftzüge mittig und gut ausgerichtet hinzukriegen, aber das ist jetzt hier halt der Trick. Schreibe das Wort oder den Schriftzug, den du schreiben möchtest vorher und dann legst du das Rechteck rund um diese Schrift an. Und hier gehen wir auch wieder von einem ganz einfachen geradlinigen Rechteck aus und setzen jetzt oben ein Dreieck an. Wir gehen ein kleines Stück rein nach innen auf der Rechteckkante und setzen dann eine senkrechte Linie nach oben und verbinden diese Linie mit der Außenecke des Rechtecks und unten verfahren wir entsprechend und haben damit die umgeschlagenen Enden. also so funktioniert das so hast du dein Band mit umgeschlagenen Enden sehr schnell fertig also das dauert im Prinzip ja keine drei Minuten und dies hier denke ich mal ist jetzt so einfach dass wir uns den Zwischenschritt des mit Bleistift auflockerns mal schenken können und wir lockern direkt mit dem Fineliner auf ja und hier lasse ich einfach mal die Kanten nach innen gehen so das darf hier auch ruhig ein bisschen windschief aussehen und ein kleiner Tipp noch für die Schrift ich bin hier auch nicht der große Handletterer aber ich nehme gerne so diese schmalen hohen Buchstaben und setze sie unterschiedlich an die dürfen also schief stehen und dürfen unterschiedlich groß sein und das gibt der ganzen Schrift irgendwie Charakter finde ich und gleichzeitig ist es nicht allzu schwierig das nachzuempfinden dann praktiziere ich auch dieses Fake Lettering also indem ich alle Striche die sich abwärts richten alle Linien die nach unten gehen in der Schrift die werden nochmal verstärkt also wie auch hier beim E und auch beim L alles was nicht nach unten geht darf bleiben wie es ist aber wir sollten versuchen einen schönen Übergang zu schaffen und beim O ist es jetzt halt diese Seite und das Ausrufezeichen wird auch nochmal verstärkt ja so kann es sein ich werde jetzt auch hier wieder die Schraffur noch anbringen einfach nur zum verdeutlichen und hier machen wir genau das gleiche und dann zeige ich gleich nochmal das Exemplar wenn die Hilfslinien dann entfernt sind hier sind noch einmal alle drei Exemplare hier hier das mittlere was wir gerade hergestellt haben und da ich jetzt so stark aufgedrückt habe mit dem Bleistift sieht man hier noch die Bleistift Linien hier und da das ist dann also schwerer die weg zu bekommen deswegen nach wie vor der Tipp versuch du so zart wie möglich zu zeichnen aber wenn man nachher im Fassi Cutting die Teile ausschneidet wird man das sowieso nicht mehr so stark erkennen und hier sind eben halt diese Beispiele was man so machen kann also Beispiele von ganz vielen Möglichkeiten also man kann immer sehr schön die Linien doppeln es gibt auch viel Lebendigkeit gerade wenn das so unregelmäßig passiert wie hier dann kann man mit Pünktchen arbeiten mit Blümchen mit kleinen Blättchen je nachdem wie groß dein Banner ist und hier siehst auch noch mehr mit Farbe akzentuiert wurde ja das war jetzt das Band mit umgeschlagenen Enden und nun kommen wir zum allerersten wirklich klassischen Banner und wir gucken uns mal das fertige Exemplar hier an und da kann man erkennen dass also wiederum ein Rechteck der ganzen Sache zugrunde liegt dass die beiden Enden dieses Bandes sozusagen hinter das Rechteck geschoben werden und dann dort hinter so herausschauen und auch diese beiden Teile werden aus Rechtecken konstruiert also es handelt sich hier um drei Rechtecke wobei zwei davon unter das obere Rechteck geschoben werden ich klar auszudrücken ich hoffe dass es zu verstehen ist was ich hier so sage ich gebe mir die größte Mühe aber ich glaube es wird dann auch deutlich aus dem was man dann so macht also wir fangen an mit dem oberen Rechteck und immer sind eure Rechtecken so lang und so breit wie ihr sie gerade haben möchtet also man könnte dies auch ganz lang und schmal machen oder ganz kurz und hoch kant irgendwie so breit so und ich hoffe auch hier wieder dass alles gut zu sehen ist und dann setzen wir hier wieder ein Rechteck an und dieses Rechteck wird jetzt aber nach hinten versetzt und auch ein Stückchen nach unten also hier habe ich das jetzt um einen halben Zentimeter nach unten versetzt und natürlich von der unteren Kante gesehen auch einen halben Zentimeter nach unten so dass dieses Rechteck jetzt am Ende wieder die gleiche Breite hat wie das erste es handelt sich um ein Band oder ein Stück Papier oder was auch immer und dann habe ich es eben verschoben um einen knappen Zentimeter oder ein Dreiviertel Zentimeter auch nach innen Ja und wenn wir uns jetzt hier mal so eine gedachte gestrichelte Linie vorstellen dann können wir auch das Rechteck gut erkennen hier an der Außenseite können wir auch nochmal den Abschluss anzeichnen so dass man dann eben sieht dass das ein Rechteck ist was unter dem ersten Rechteck liegt diese Linie brauchen wir natürlich nicht aber was wir brauchen ist eine Verbindung von der Ecke von der unteren Ecke des oberen Rechtecks zur unteren Ecke des unteren Rechtecks und dann haben wir hier so ein Stück des Bandes was man noch so hinter dem Rechteck erkennen kann das hört sich alles irre an wenn ich hier so rede für mich selber auch ja und man kann wie wir das vorhin schon gemacht haben hier ein spitzes Ende also solche ausschwingende Spitze wieder anzeichnen das müssen wir aber nicht du kannst selbstverständlich ihr könnt selbstverständlich hier irgendwas anderes machen vielleicht so ein abgerissenes Stück Papier das ist so ein Vorschlag also wie gesagt guckt mal was ihr da so machen könnt und hier auf der linken Seite machen wir noch einmal genau das gleiche wir setzen wieder so ein Rechteck nach innen und nach unten versetzt aber eben halt nach links das schaut dann hier noch ein Stückchen raus hinter dem ersten Rechteck und hier werden wieder die Linien verbunden und dann haben wir hier sozusagen die dunkle Rückseite und hier können wir dann wenn wir möchten auch wieder solche Spitzen reinsetzen dieser Mittelpunkt hilft immer so ein bisschen da anzukommen wo man ankommen will man kann aber auch sich denken dass man vielleicht das Rechteck zur einen Seite etwas länger zeichnet oder an einer Seite als oben also unten jetzt etwas länger als oben und dann hätte man zwei unterschiedliche Spitzen das sieht dann auch wieder sehr lebendig aus ich belasse es jetzt hier erstmal einfach bei den ganz normalen gleichmäßigen Spitzen so so ja was jetzt folgt ist wieder das ausmalen mit dem mit dem Fineliner und das lasse ich jetzt mal schnell durchlaufen weil es im Prinzip immer das gleiche ist also wir verändern die Linien wir machen es interessanter indem wir einfach Biegungen und Bögen da rein bringen oder vielleicht auch so abgeknappelte Kanten alles das macht es interessant und schön und lebendig und das soll jetzt passieren so hier haben wir jetzt noch einmal den Vergleich also hier ist mit Fineliner gearbeitet worden aber es kann noch viel getan werden um diesem Banner Leben zu geben wie das in etwa aussehen könnte hat man ja hier gesehen und dann wäre das Banner bereit auch einen Schriftzug aufzunehmen also aber wie gesagt wenn er dann da rein soll empfehlt es sich vorher rein zu schreiben und dann erst das Banner zu konstruieren aber denkbar wäre es ja auch dass man sich irgendeinen Spruch oder ein Wort ausdruckt und dann hier aufklebt auch das ist sehr schön ja und jetzt noch ein kleiner Trick dreh das sozusagen von oben rauf schaut und das geht in der Konstruktion genauso wie das erste nur dass man eben diese Rechtecke nach oben versetzt einzeichnet auch dieses Beispiel hier ist nur eine Abwandlung der Ursprungsform hier haben wir nämlich wiederum drei Rechtecke und die sind jetzt einmal so angeordnet dass das dritte Rechteck das rechte Rechteck nach unten versetzt ist und das erste nach oben versetzt ist vor diesem mittleren Rechteck was in Gänze zu sehen ist und da ist eigentlich die Vorgehensweise genau die gleiche also es wird wieder ein Rechteck konstruiert so und rechts von diesem Rechteck wird nach unten versetzt ein weiteres Rechteck gezogen nach unten und nach links versetzt hier werden wieder die Kanten die Ecken verbunden und ich lasse das Rechteck jetzt hier mal gleich offen und setze hier die Spitze an und die eine Seite ist etwas länger und die andere Seite etwas kürzer das macht es auch schon interessant und auf der linken Seite wird jetzt noch ein Rechteck angezeichnet was wieder unter dem mittleren liegt aber um einen halben Zentimeter nach oben versetzt wird und nach rechts verschoben ist auch diese Abstände auch diese Abstände hier können variiert werden also man kann dieses Band sehr stark nach innen verschieben oder eben halt auch nur ganz knapp nach innen das ist alles euch überlassen probiert einfach verschiedene Varianten aus ihr seht ja das dauert nicht lange so ein Banner zu zeichnen so dann schauen wir gleich noch mal wie es dann fertig aussieht ja hier können wir noch mal das Endergebnis sehen hier ist jetzt also ein bisschen mehr mit Bögen gearbeitet worden und dieses Stück wartet natürlich auf weitere Ausarbeitung das ist klar wie das ungefähr aussehen könnte kann man hier auch sehen also Schraffuhren in stärkerem oder weniger stärkem Ausmaß hier sind so kleine ich weiß nicht ob man es sehen kann so kleine Bögen in die Ecken gemalt worden gezeichnet worden und ein paar Pünktchen um die Ränder herum und alles das gibt natürlich jede Menge Ausdruck und Leben ja und wenn das Prinzip mit den Rechtecken erstmal klar geworden ist dann gibt es natürlich noch mehr Möglichkeiten also hier sieht man zum Beispiel jetzt so eine Skizze bei der diese Rechtecken so ineinander geschoben sind das mittlere Rechteck liegt über dem linken also so wie wir es auch bisher kennen hier wird das Rechteck sozusagen hinter das mittlere Rechteck geschoben und hier läuft es aber plötzlich andersrum denn hier setzen wir das Ende das letzte Rechteck das rechte vor das mittlere Rechteck so also hier ist ja das mittlere ich glaube das kann man erkennen und hier ist das Endrechteck das rechte Ende und das setzen wir jetzt einfach nach vorne oben drauf und dann verbinden wir aber wieder diese Ecken und schon haben wir wieder den 3D Effekt und es sieht alles sehr natürlich aus also ihr seht hier kann man spielen ohne Ende und kann immer wieder neue Banner schaffen ja und auch dem der viel Text zu schreiben hat dem kann geholfen werden denn diese Bänder kann man beliebig verlängern indem man einfach die Rechtecke nebeneinander setzt und zwischen den Rechtecken immer Abstände lässt indem man dann die unteren Rechtecke wiederum integriert diese Abstände sind hier jetzt relativ gleichmäßig die können aber auch ganz unterschiedlich sein und auch die Längen der Rechtecke die können auch ganz unterschiedlich sein so könnt ihr das eurem Projekt anpassen und dem auch die Lebendigkeit geben und den Ausdruck den ihr gerne dort haben wollt ja fangen wir mal an also hier beginne ich zunächst mal mit den drei oben liegenden Rechtecken so die sind schon mal da hier lasse ich das einfach mal offen um nachher die Spitze anzuzeichnen und dann kommen die drunter liegenden Rechtecken von von denen wir ja eben nur das sehen was uns die oben liegenden Rechtecken übrig lassen die verdecken ja ein Teil also hier haben wir wieder nach unten versetzt und wir verbinden auch hier genau wie immer die Ecken miteinander und so entsteht auch schon dieser plastische Effekt es ist also immer das gleiche Prinzip und es ist wirklich so wenn man das ein paar mal mit Lineal und Bleistift vorkonstruiert hat dann braucht man eigentlich schon fast diese Konstruktion nicht mehr bei so langen Geschichten würde ich es immer ähnlich machen aber bei kleinen Bannern die zeichnet man dann nachher schon einfach per Hand und ist dann noch schneller dabei also das ist wirklich so ein Banner zu zeichnen ist eigentlich ein Kinderspiel dann und geht auch sehr sehr schnell und gibt eben den verschiedensten Projekten doch noch einen richtig schönen Ausdruck so das war jetzt das letzte Dreieck das auch wieder drunter liegt sozusagen das End Dreieck eins liegt drüber und eins liegt drunter hier kommen jetzt wieder die Spitzen und die zeichne ich jetzt einfach hier per Hand das mache ich eigentlich immer so ja und wenn wir dann hier wieder die Dreiecken ein bisschen verdunkeln dann dann wird der gesamte Effekt gut sichtbar denke ich und ich glaube auch nicht dass ich jetzt noch mal demonstrieren muss wie das mit dem Fineliner funktioniert ich denke auch das ist deutlich geworden ich wollte das gerne als Ergänzung haben damit man einfach mal die Möglichkeiten erkennt und wie man hier sieht habe ich nur eine ganz zarte Fineliner Linie gezogen in diesem Fall habe die hinten liegenden Dreiecke ganz stark abgedunkelt und dann einfach mit Kaffee drüber immer im hinteren Bereich dunkler damit es zurücktritt und der 3D Effekt noch plastischer wird und oben dann ein bisschen heller bisher sind wir ja mit unseren Bandern immer in die Breite gegangen aber man kann das Ganze auch senkrecht anlegen und auch hier ist das Prinzip wieder das gleiche ja auch hier beginnen wir mit drei Rechtecken und auch hier kann man natürlich beliebig viele Rechtecke aneinander setzen auch hier dürfen die Abstände unterschiedlich sein die Rechtecke können sogar eine unterschiedliche Länge haben auch das ist möglich und auch dadurch wird das Ganze natürlich noch lebendiger und ich beginne immer damit dass ich mir drei Rechtecke anzeichne die drei oben liegenden Rechtecke das empfiehlt sich natürlich immer dass man das was oben liegt zunächst und zuerst zeichnet denn denn dann dann weiß man schon dass diese Flächen nicht mehr durchkreuzt werden dürfen von irgendwelchen Strichen oder anderen Linien so jetzt immer hier die größeren Rechtecke sollen hervorgehoben werden und die habe ich hier jeweils in einem gleichen Abstand untereinander gezeichnet in diesem Fall ist der Abstand wieder der ist so 0,8 Zentimeter ungefähr aber wie gesagt der darf variieren auch zwischen den einzelnen Rechtecken so dann kommt das untere Rechteck an die Reihe wieder versetzt mit dem diagonalen mit der diagonalen Linie die die Kanten verbindet und oben nochmal das gleiche allerdings nach oben versetzt rein von der Logik her macht das Sinn und auch hier verbinden wir die Ecken die Enden lasse ich wieder spitz auslaufen das mache ich jetzt hier schon mal wieder per Hand und nun müssen wir diese hinten liegenden Rückseiten der Bänder konstruieren und das geht folgendermaßen wir gehen aus vom obersten Rechteck und der rechten oberen Ecke und nehmen vom zweiten Rechteck die linke obere Ecke also jeweils diese beiden Punkte legen uns eine Diagonale an verbinden die also quer und und jetzt gibt es eine Linie von diesem Punkt zu diesem Punkt diese Linie ist aber nur in diesem Zwischenraumbereich sichtbar der Rest verbirgt sich hier hinter dem Rechteck so also nur in diesem Zwischenraum können wir die Linie sehen jetzt legen wir die nächste Linie an und die geht vom oberen Rechteck wiederum aus und zwar von der rechten unteren Ecke zur linken unteren Ecke des drunter liegenden Rechtecks auch hier verbinden wir und das gleiche findet jetzt auch für den Zwischenraum statt hier im zweiten Rechteck setzen wir wieder die rechte obere Ecke und verbinden sie mit der linken oberen Ecke des unteren Rechtecks ziehen die Linie die Diagonale wieder nur in den Zwischenraum und jetzt nehmen wir uns nochmal die rechte untere Ecke des mittleren Rechtecks vor und setzen die Diagonale in die linke untere Ecke des unteren Rechtecks zeichnen wiederum nur in den Zwischenraum und ich denke auch hier kann man jetzt gut erkennen wie das ganze konstruiert worden ist hier nochmal im vergleich und hier auch hier könnte man wieder entsprechend die hinten liegenden Flächen schraffieren ich spare mir das jetzt aber hier für die großen Flächen man sieht ja hier ganz gut wie das so raus kommt habt ihr jetzt eine menge möglichkeiten eure banner selbst zu entwickeln sie zu variieren euch immer wieder was neues dazu einfallen zu lassen wenn ihr denn lust habt sie anzupassen an die verschiedenen styles eurer journals oder eurer mixed media projekte oder auch eurer großkarten probiert es einfach mal aus es ist gar nicht so schwer ich empfehle euch einfach mit etwas ganz einfach anzufangen also mit dem klassischen banner beispielsweise ein rechteck zwei enden das geht ratzfatz und dann bekommt man oft auch Lust ein bisschen was ausgefalleneres auszuprobieren viel spaß dabei ich schicke euch alles liebe passt gut auf euch auf und bis zum nächsten tutorial hoffentlich eure Birgit